So, okay, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob ich hier, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt hier wirklich auf der Höhle bin oder hinter der Höhle. Da hinten geht es ja gleich nur wieder zum Schneemann. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich den mit den mittlerweile neuen bekommen bekomme. Moment. Oh, ne, was war da? Ach, da war der Baum, der Baum, der Baum. Aber auch keine Schlucht oder sowas. Ich weiß nicht, aber vorhin habe ich gesehen, so ein Felsen, also in der letzten Folge, über der Höhle. Ich weiß nicht, ob man darüber irgendwie, keine Ahnung, da hochklettern kann oder so. Das ist eine Felsenspitze. Das ergibt doch keinen Sinn. Doch, für mich schon. Das geht doch so nicht. Hm. Das geht doch so nicht. Zu Hammer mit... Das geht doch so nicht. Was habe ich denn hier noch alles? Ich habe noch immer noch dieses blöde Schild. Das geht doch so nicht. Das ist der Moment der Verzweiflung. Wenn man alle Sachen irgendwie ausprobiert. Und das Richtige findet. Geil. Ach, jetzt ist das Seil auch wieder dran. Ah. Okay, jetzt können wir da hochgehen, oder? Guck an, da ist das Loch. Sauber. Dann versuchen wir es doch mal. Ich weiß zwar nur gar nicht gerade, warum ich das noch brauche, weil eigentlich habe ich ja alles. Das ist verrückt. Jeder weiß, dass Gold nicht magnetisch ist. Ah, nee, Moment. Warte, warte, warte. Wir brauchen ja 30 Gold für die Magier, um unseren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Wie viel habe ich da jetzt? 25 Goldstücke. Das reicht doch nicht. Äh, nochmal. Ja, ja, beim Angebrochen, um Geduld. So, um 35 gezogen. 33 Goldstücke. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Also, Karte benutzen. Ab ins Dorf. Und Zauberer werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch hätte direkt zur Kneipe gehen können, wenn ich rechts rumgegangen wäre, aber... Naja. Ich habe auch das Gefühl, ich hätte irgendwo noch was übersehen, vielleicht wo man lang gehen kann, oder so. Es sind ja, manche Wege sind ja hier doch sehr gut versteckt. So. Werte Herren. Also ist die herrschende Windrichtung neun, ja? Ich bin bereit, Zauberer zu werden. Nicht zu dieser Jahreszeit. Hier sind sie. 30 Goldstücke in unmarkierten Münzen. Kann ich jetzt ein Zauberer werden? Nun, ich nehme es an. Äh, Kraft meines Amtes ernenne ich dich zum Zauberer. Das war's? Äh, ja. Keine Zeremonie? Äh, nein. Keine jubelnde Menge? Konfetti, wilde Orgien, Plakate und auch keine Eiscreme? Normalerweise nicht. Na gut. Du erhältst ein Jungzauberer-Startpaket. Wie bei der Eröffnung eines Bankkontos? Ja, es enthält auch viele schöne Süßigkeiten. Du bekommst einen Stab. Eine Whiskit-Mitgliedsplakette. Eine Whiskit-Feder. Whiskit-Notizpapier. Den Whiskit-Superstabbausatz. Eine Mitgliedskarte. Eine Ausgabe des Whiskit-Magazins jedes Vierteljahr. Und viele andere wundervolle Dinge. Und das alles in dieser kostenlosen Whiskit-Tasche. Vielen Dank. Ich denke... Bist du jetzt glücklich? Beantwortet mir nur ein paar Fragen. Ich hätte ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür ich auch nur eins dieser Gegenstände benutzen sollte. Ähm... Wer ist Sordid? Er war einst ein mächtiger Zauberer unseres Kreises. Er wurde ausgeschlossen, weil er einige Regeln brach. Welche Regeln hat er gebrochen? Die meisten zu dieser oder jener Zeit. Ich erinnere mich noch an den Ausruf, als er Regel 137 brach. Was besagt die Regel 137? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Wir haben nie herausgefunden, woher er die Hühnchen genommen hat. Verstehst du? Denkt ihr, dass er sich hier herumtreibt? Er treibt sich wohl hier irgendwo herum. Ich bin froh, dass wir jetzt den Stab besitzen und hier heraus können. Wie mächtig ist mächtig? Sehr mächtig. Großartig. Keine weiteren Fragen. Ich habe zwei Schaus, zwei Punks und einen Korb. Whisky-Mäppchen. Tropfe ein wenig von dem Sulfat. Ich will diesen ganzen Schrott nicht freilassen. Läuft gut für mich. Das ist mein Whisky-Club-Mäppchen. Voll mit nutzlosem Zeug. Das gibt 44 Punkte. Ja, aber du bekommst sie verdoppelt. Für das Paar von... Hm. Okay. Gut. Tja, nun... Bin ich ein richtiger Zauberer? Simon the Sorcerer ist endlich wahr geworden. Dank meines Whisky-Mäppchens, eines Zauberstabs und 30 Metzen. Oh Mann, ey. Ähm. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo man nochmal hindümpeln könnte. Was haben wir denn noch alles? Ähm. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir hatten... Beim... Sumpfling hatten wir hier alles schon durchgehabt. Bei dem Riesen war nix weiter. Das wüsste ich jetzt zumindest nicht. Äh. Komm, ich bin jetzt trotzdem. Vielleicht ist hier irgendwo noch was. Ja, nix. Er schläft tief und fest. Hm. Warte, bis ich den Bänjen in die Finger kriege. Ich möchte nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Er wäre bestimmt nicht erfreut, mich zu sehen. Hm. Vielleicht kenne ich... Warte mal. Äh, nee. Der Figur hat das Plakat in die Hand drücken. Das ist einfach nur dumm. Nein, das wäre lustig. Das wäre lustig. Hm. Es hätte zwar keinen wirklich weiter, tieferen Sinn oder so, aber... Das wäre lustig. Hm. Komm. Der Wagen ist nochmal. Oh. Ich wusste, du würdest mehr haben wollen. Äh, eigentlich wollte ich... Setzen, setzen. Hm. Ich bring dir gute Suppe. Sehr gute Suppe. Ja, das ist jetzt der Punkt wahrscheinlich, wo viele abschalten. Oh nein. Aber... Äh, ja komm. Wir gönnen dir so... Nicht schon wieder. Ich meine, ich habe gerade einmal nach... Ich habe gerade... Oh, das ist schon eine Weile her. Den... Beim ersten Mal den Nachschlag genommen. Genau. Ein bisschen gekotzt. Du fertig? Ja, super. Oh nein. Ich habe keine Suppe mehr. Na, sowas. Tut mir so leid. Ich muss nur noch mehr Zutaten sammeln. Hau ab. Bleib hier. Ich komme bald zurück. Hm, Kescher und Schlotzeimer. Gott sei Dank muss ich von dem Zeug nichts mehr runterwürgen. Tja, okay. Jetzt habe ich hier, äh... Freie, äh... Möglichkeit, mich zu entfalten. Zu bewegen. Äh... Ist immer nur die... Tür der Suppentopf. Schauen wir uns mal näher an. Vielleicht ist da ja noch irgendwas drin. Das ist der leere Suppentopf, in dem der Sumpfling seine Suppe kocht. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Kiste? Das ist eine leere, hölzerne Kiste. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Hm. Dann trage ich die halt weg. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Entfernt? Das trage ich nicht. Falte. Okay. Öffne. Ich erinnere mich an dieses Bild tatsächlich. Tatsächlich Tatsache. Hey, hey, hey! Dieses Brett ist los! Macht nix. Ich habe einen Hammer und einen Nagel. Das war einfach. Das war mal echt ein Rätsel, das irgendwie logisch zu lösen war. Kommt hier nicht ganz so oft vor. Das sieht ja nett aus. Die Schädelinsel. Okay. Froschfluch. Das sind spezielle Kräuter mit seltsamen Eigenschaften. Okay. Der einzige, der hier bisher mit Kräutern irgendwie was zu tun hätte, wäre der Druide, der nicht zu Hause ist. Ah, warte mal. Vielleicht ist das ja jetzt. Vielleicht ist das ja jetzt. Wenn man ihn hier besitzt, dieses wunderbaren Froschfluchs kommt. Wo war denn das Druidenhaus noch gleich? Nichts, glaube ich, noch zum Kalypsushaus. Und schließlich, ja. Sehr lang. Sehr lang. Ja, dann kommen wir auch wieder zur Kneipe. Scheiße. Ah, genau hier rum, ne? Und dann war das doch das recht große Haus hier, oder? Ja, scheiße, ist da bald ausgegangen. Dann gehen wir da rum. Das muss das Haus sein. Tja, gut. Das ist das Haus, aber hier ist immer noch keiner. Nur diese verdächtigen Kräuter. Und hier war das mit dem Blumentopf, äh, Blumentopf, Bienenstock. Stimmt, hier haben wir mit dem Schwein auch eigentlich schon alles geplündert. Stimmt, ich hätte eigentlich versuchen können, den Froschfluch bei dem Sumpfling in den Topf zu werfen. Meine eigene Suppe zu kochen. Aber bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so richtig ist. Ah, gucken wir mal, was haben wir denn da noch? Genau, das Hexenhäuschen. War die Tür beim letzten Mal nicht noch zu? Ah. Ja, dann, würde ich sagen, schauen wir doch mal in der nächsten Folge, was uns hier im Hexenhaus so erwartet. Auf jeden Fall ein böse guckender Kürbis, eine Katze vor dem Kamin. Wieder mal ein Topf auf dem Feuer, ein Besen, eine Truhe und noch ganz, ganz viel anderes Zeugs. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn's weitergeht, ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.